So Freunde, die Frage der Fragen ist Kratos Inside im Shop, werden wir jetzt mal herausfinden. Seit Tagen kommen die Leute von allen Plattformen und sagen, Kratos ist da und das ist natürlich sehr, sehr belastend. Ne, wir haben hier natürlich noch die Nikeskins drin, ja, die zweite Welle der Nikeskins, also Eclipse, dann diesen Aphobia, dann direkt aus dem Karton-Emote und das Ganze als Bundle. Komisch ist hierbei nur, dass hier unten rechts ein Platz frei ist. Jetzt in dem Fall war hier eigentlich noch eine Spitzsacke und zwar genau diese Spitzsacke, die ist jetzt nur noch im ganzen Bundle. Keine Ahnung wieso, ist aber einfach so, könnt ihr euch noch gönnen. Dann natürlich auch noch die ersten Nikeskins sind da, Marvel kam ja auch, Iron Man, Ant-Man und so, die sind alle noch hier. Black Widow mit der 1800 alten Spitzsacke ist wieder da, die meisten haben sie sich nur gekauft, weil sie denken, sie wären noch GGGs in den Chat. Thanos und so, die ganzen Marvel-Skins, Ghost Rider, Hulk, Captain America und so weiter und so fort. Luis Hamilton ist heute mal wieder im Shop, also das ist heute Nacht, der ist heute frisch reingekommen, ne, ist in der OG-Season ins Game gekommen. Jetzt ist er mal wieder in the Shop, haben wir alle drauf gewartet, ne, wir wollen nicht Travis oder wir wollen auch nicht Kratos. Nein, wir wollen Luis Hamilton. Hier ist auf jeden Fall Luis Hamilton, könnt ihr euch gönnen. Ähm, hier Marshmallow-Skins sind auch noch drin, war ja auch ein Shop-Tab, der natürlich geleakt war schon ein paar Tage her. Jetzt ist er schon seit einigen Stunden, wenn nicht sogar schon Tagen jetzt drin. Mal gucken, wie lange er noch bleibt. Lady Gaga, ganz klar, wird noch bis zum 22. April bleiben. Ganz viel, ganz wichtig auch, wissen gar nicht, Freunde, dass, äh, die neue Festival-Season beginnt. Es ist gar nicht mehr so lang hin, denn die neue Festival-Season beginnt schon am 22. April. Das ist in wenigen Wochen mit einem neuen Künstler. Mal gucken, Taylor Swift oder so, müssen wir mal schauen, wer da auf jeden Fall kommt. Kommen auch noch ein paar Leaks bestimmt. Jam-Songs natürlich, diese Woche auch wieder eine neue Welle mit Jam-Songs. Festival-Ausrüstung, diese Hühnchen-Skins im kompletten Bundle, Oster-Skins, äh, ne, es geht hier alles, Oster-Skins. Asuki mit dem neuen Stil, weitere Oster-Skins. Auch das wieder muss ich jetzt mal callen. Jedes Osterfest von jedem Jahr hatte, glaube ich, den Eierwerfer. Dieses Jahr hatten wir gar nichts als Oster-Special bekommen, wie Aufgaben oder nicht mal der Ostereierwerfer. Also, keine Ahnung, wieso, gab es noch nichts Offizielles, wurde wahrscheinlich vielleicht vergessen oder so, keine Ahnung. Ne, dann hier das Hopper-Paket, also noch viele Sachen. Die rote Verteidigerin, Ruby und diese Sachen sind im Signature-Style. Galaxy-Bundle einmal, Midas natürlich noch, äh, finde ich sehr, sehr cool. Dann auch hier Aurelia Aurum und so, kriegen wir auch noch Oro und der goldene Variante. Dieser Skin kam gestern rein, äh, 1. April-Skin, ein kleiner Fun-Skin, 1200 V-Bucks. Für diesen Skin ist frisch und komplett neu. Wegbreiter, also dieser Renegade Raider, ne, die Vögel sind wieder da, Aktienkurt ist wieder da, der Fisch ist komplett da, Burger-Paket ist da, dann hier dieses Tomaten-Pack ist komplett da. Die ganzen Assets für Lego, Guardians of the Galaxy-Bundle, beiden Bundles, Lego-Asset-Bundle, McLaren, dieses Auto und allgemein die standardmäßigen Geschichten für die Autos. Level-Paket, Festival-Pass, Ares als Crew-Skin, ist ja frisch, könnt ihr euch natürlich gönnen. Sehr, sehr cooler Skin, meiner Meinung nach. Ähm, und das war's tatsächlich gewesen mit dem Shop. Ja, ähm, das war's gewesen, weil sich viele fragen, yo, kaufst du dir Kratos? Ja, ich werde mir wahrscheinlich holen, aber nur damit ihr auch tatsächlich das wisst. Ich kaufe mir tatsächlich lieber einen Midas für 2000 V-Bucks, weil ich einfach den Skin und die Geschichte hinter dem Skin geil finde. Deswegen kaufe ich mir auch Kratos. Ich kaufe mir nicht Kratos, Freunde, weil er selten ist oder weil ich da irgendwie zu einem Pro werde mit der Spitzsacke, was ja von vielen so ist. Und nochmal eine wichtige Message zum Mitgeben. Flippt nicht aus, weil Kratos nicht da ist. Er wird in den nächsten Tagen oder vielleicht am Wochenende. Wochenende halte ich für realistisch, keine Ahnung warum. Ähm, dann wird er auf jeden Fall kommen. Und davor eventuell auch irgendwann, vielleicht schon morgen, müssen wir mal gucken, aber macht euch nicht verrückt. Er wird auf jeden Fall kommen mit der Leviathan-Nacke. In dem Sinne war's das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.